Hallo und herzlich willkommen auf Sonny's Side of Life, meinem YouTube-Kanal für geführte Atemmeditationen nach Soma Breathing. Mein Name ist Sonja Weger-Kuhn und ich freue mich sehr, dass Du hier bist. Alle wichtigen Informationen findest Du unterhalb dieses Videos oder auf meiner Homepage unter www.sonny's Side of Life.de. Ich wünsche Dir nun ganz viel Spaß bei Deiner Atemmeditation. Hallo und herzlich willkommen zur Atemmeditation, Dein Kurzurlaub für Körper und Geist. Die folgende Atemmeditation ist besonders für Dich geeignet, wenn Du noch keine oder nur wenig Erfahrung mit Atemmeditationen hast oder Du auch nur ganz einfach und effektiv zu jeder Zeit in eine stabile Ruhe finden möchtest. Und dann komme bitte nun in eine für Dich angenehme, aufrechte Sitzhaltung Deiner Wahl oder lege Dich auch sehr gerne ganz bequem auf Deinen Rücken. Suche Dir Deine Position so aus, dass Du Dich vollkommen entspannen, aber dennoch hellwach bleiben kannst. Und dann lasse nun Deine äußeren Augen sanft zugehen, während Dein Blick nach innen ganz klar und deutlich wird. Bringe Deine Aufmerksamkeit zu Deinem Atem. Unser Atem ist die Verbindung zwischen unserem Körper und unserem Geist. Mit jedem Einatmen schenken wir uns neue Kraft und Energie. Mit jedem Ausatmen lassen wir alles gehen, schenken uns innere Ruhe und Frieden. Lasse Deinen Atem ganz sanft und ohne Anstrengung durch Deine Nase bis tief in Deinen Bauchraum und von dort aus bis nach oben in Deinen Brustkorb einströmen. Und lasse den Atem dann ganz von alleine durch die Nase oder die leicht geöffneten Lippen wieder gehen. Dein Atem fließt dabei ganz ruhig und ohne Pause ein und wieder aus, wie eine Welle. Um nun vermehrt in den Genuss der Ruhe und der Entspannung zu gelangen, folge mit Deinem Atem dem Rhythmus der Musik und meiner Stimme. Sie wird Dich dabei leiten, auf 4 Zeiten ein- und auf 8 Zeiten wieder auszuatmen. Atme 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus. 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, aus, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 1 2 3 4 aus 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 aus 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 aus mit jedem ausatmen singst du tiefer und entspannter in deine unterlage hinein 1 1 1 aus lasse mit dem ausatmen den vergangenen tag ganz einfach gehen 1 1 aus 1 nichts was heute war aus bedarf jetzt noch deiner handlung oder aufmerksamkeit 1 1 aus 1 aus aus was morgen ist wird sich morgen zeigen 1 1 1 aus du brauchst in diesem moment nichts anderes zu tun 1 als dich zu entspannen aus und zu atmen 1 1 aus 1 alle gedanken an das gestern oder morgen aus haben im hier und jetzt kein keine wichtigkeit keine wichtigkeit 1 1 aus 1 aus 1 aus nimm deine entspannung und gleichzeitig deine lebendigkeit wahr 1 aus nimm deine entspannung und gleichzeitig deine lebendigkeit wahr 1 aus 1 1 1 1 aus 1 1 aus aus 1 1 aus 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 Ein, aus, ein, in diesem Moment, aus der gedankenlosen Freiheit, verbindest du dich mit dir selbst. Ein, aus, genieße deinen ganz persönlichen Raum der inneren Freiheit. Ein, aus, ein, aus. Ein, aus, ein, aus. Ein, aus, ein, aus. Dann kehre nun langsam zurück zu deiner natürlichen Atmung. Vielleicht magst du nun in einen sanften Schlaf übergehen oder mit neuer Klarheit den Rest deines Tages verbringen. Ich wünsche dir von ganzem Herzen innere Ruhe und Zufriedenheit. Ich wünsche dir von ganzem Herzen. 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 Du hast dich mit. Untertitelung des ZDF, 2020